Ein Getty zu sein, ist etwas Außergewöhnliches. Mein Großvater war nicht nur der reichste Mann der Welt. Er war der reichste Mann in der Geschichte der Menschheit. 17 Millionen Dollar. Dann lassen wir ihn frei. Wo soll ich so viel Geld herbekommen? Holen Sie es sich von Ihrem Schwiegervater. Der hat alles Geld der Welt. Wir müssen bezahlen. Niemand war je reicher, als Sie es sind. Wie viel brauchen Sie, um sich sicher zu fühlen? Mehr. Ich bitte Sie als Mutter, lassen Sie meinen Sohn frei. Wir müssen denen zeigen, dass wir uns nicht erpressen lassen. Das kann ich nicht riskieren. Wenn Sie keine 17 Millionen Dollar zahlen wollen, wie viel wären Sie dann bereit zu zahlen? Gar nichts. Es ist die Zeit der Saison für Lovey. Untertitelung des ZDF, 2020